Doch bin mein Weg gegangen, rock your steak, heute elegant, kein Stopp, kein Schlaf, bleib dominant, Real G, deine Meinung nicht relevant. Lauf durch die Bank mit den Racks in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Hi meine Damen und Herren, ich bin Niklas Wilson Sommer und das ist eine Reaction auf meinen YouTube-Kanal. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, drückt auf Abonnieren, lasst ein Like da und kommentiert und vergisst nicht, trinkt B12, baby. Sie treten an, um fettigen Pizzen, geilem Auflauf und vielen weiteren Leckereien zu widerstehen. Da ist Ende. Das ist ein Stuhlgang biblischer Ausmaßes. Ich habe gottlosen Durchfall gehabt, Digga. Und alles voll im Sprit. Kenny, das ist over. Das schießt. Ja, mein Tee! Der erste Tee, Digga, das freut mich so heftig. Du bist dann wieder auf einen Tee und Flügel, die erste Tee du willst. Komm und immer noch aufsache, komm und immer noch aufsache. Was läuft, was läuft, willkommen zum nächsten Video. Was kann man erwartet die nächste Mahlzeit? Oh, wo muss du halt? Ich höre zu. Tatsächlich, ich meine, ihr seid nicht. Hey, ich höre zu. Ist das Fest im Rücken, wenn man auch stehen muss? Ja. Wir müssen um 11 Uhr auf dem Laufbahn steuern. Aufstehen jetzt, Hund! Hugo, keine Show. Ich nehme dich runter. Keine Show. Ich habe es gesehen. Keine Show. Hallo! Macht jetzt richtig, ich soll dreißig euch den Arsch auf! Okay, jetzt ist die Pedia. Wow, Klima! Oh, 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 oh! Keine Show. Kann ich kurz dein Handy haben? Geiler! Warum ist da eine Erdgebe? Digger, warum haben die dieses Laufband gemacht? Also was war das Ziel dahinter? Dass man noch gleichzeitig Sport treibt? Oder irgendwie wissenschaftlich? Abnehmen, Kreislauf. Ah, okay, okay, okay. Hugo auf coolen Händen in die Tasche. Ich will Hugo die Erdbeere. Ich mache mir keinen Stress. Hey, ich zähle zu den Leuten, die auch gedacht hat, dass Let's Hugo der Hugo ist, der auch hungriger Hugo ist. 100%. Die Leute haben mich angesprochen und gesagt, ich habe gedacht, es wäre auch der Hugo von Hugo. Der eine oder andere von euch hat es auch gedacht. Nein, niemand denkt das. Digga, wer denkt das? Mädchen 2023 noch denken, Hugo und Hugo wären dieselben Personen. Also ich reiche Monte zu 100% meine Hand. Ich dachte auch, er schneidet die Videos und streamt nebenbei. Also wisst ihr noch, wo ich das erste Mal Hugo kennengelernt habe? Bis zu dem Zeitpunkt habe ich das gedacht. Und da habe ich ihn ja gefragt und er hat mir das ja beantwortet. Aber bis zu dem Zeitpunkt war ich der festen Überzeugung, dass Hugo die Videos cuttet. Nur so vollidioten zwölf Jahre alte Kids, die mich aus diesen Videos hier kennen und sonst nicht. Die denken das. Warum stehst du hier so random? Was soll ich machen? Hugo Macher, kein Lacher. Super netter Typ, Digga, mag ich sehr gerne. Ich habe ihn ja vorher noch nicht einmal kennengelernt. Den hat man ins Herz geschlossen. Ich sag euch was. Montat Hugo adoptiert 1 zu 1 seinen Sohn. Ich habe Hugo jetzt nicht richtig kennengelernt. Einmal haben wir auf Toilette ein bisschen rumgeleckt. War sexy. Ich habe ihm die Hand gegeben. Ich habe es so gemacht. Boah, ich bedanke euch auch. Nicht bedanke, dann machen die mehr. Ich kriege mal noch mal. Naja, ich habe schon mal mich dazu geäußert. Monti ist ein absoluter Wichser, wenn es um Subs geht. Wie lange war ich drin? Wie lange war ich drin? Fast zwei Jahre? 24 Monate. Lan, 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 Monti. Zwei Jahre und nicht einmal. 24 Monate. Nenn mir doch mal einmal meinen Namen. Denn seit 34 Monaten Sub und ich vorgelesen, das ist ne... Achso, ich dachte bei mir. Ich dachte bei mir. Ich dachte bei mir, was? Ich hatte was Sack. Ja, Hugo zieht einmal Balenciaga T-Shirt an. Das steht ihm gut. Das klingt doch fresh aus, Digga. Bisschen zu in der Hose. Geht mir die Hose. Man findet seinen Style, man entwickelt sich weiter. Ich sehe glaube ich aber immer gleich aus. Nein, vertraue nicht. Guck dir meine Videos früher an. Ich sah aus wie Moneyboy mit Down-Syndrom. In den Streets war täglich krank. Digga, aber soll ich mal ohne... Ohne... Das klingt vielleicht ein bisschen weird. Das klingt ein bisschen weird. Aber ich sag, umso älter Monte wurde, wurde er glaube ich attraktiver. In meinen Augen. Also ich würde nicht sagen, dass Monte geisteskrank geil ist oder geisteskrank hesslich. Ich finde ihn und das ist... Ich kann sowas sagen, weil es gibt genug andere hübsche Männer da draußen. Monte ist ein gutaussehender alter Mann. Und ich glaube die Zähne haben ihm auch nochmal ein gewisses Selbstbewusstsein gegeben. Was ist mit dem Boy los? Mit ner Cap, wo drauf stand, sorry I'm fresh. Oder I'm your father. Was ist mit dem Boy los? Mit ner Cap, wo drauf stand, sorry I'm fresh. Oder I'm your father. So dämlich, Alter. Diese dämlichen Ohrringe. Guck mal, wie dämlich es mir aussieht. Aber gut, Carsten toppt das Ganze nochmal mit. Ja, da sagt er immer, Carsten toppt das nochmal alles. So dämlich, Alter. Diese dämlichen Ohrringe. Guck mal, wie dämlich es mir aussieht. Aber gut, Carsten toppt das Ganze nochmal mit. Ich hab deinen Chat schon gelobt. Das ist ein geiler Chat, Digga. Das ist der Papa-Platte-Chat, bloß und besser. Ja, Mann. Voll, Bro. Hat jemand bekommen, dass Hugo mitkommen würde, wenn ihr wollt? Digga, wir sind eh heute Abend bei dir. Wir labern mit dir. Ich glaube, es könnte sehr, sehr funny werden. Also brauchen wir wirklich ein, zwei Tage mitzukommen? Ja. Fahr direkt mit. Ich hab zwei dabei. Du kannst ja noch einen haben. Danke. Also für den Trip, ich würd dich schon gerne da wieder haben. Ja, das ist so gut. Sprechen voll leer, Digga. Schauen wir jetzt auch erwähnen, dass wir noch einen Ticket bauen für Hugo? Was machen wir jetzt? Ich bin unter 14. Habt ihr eine Mütze? Das ist in der Mütze nicht jünger als Bro. Doch, ich schwöre. Guck mal, als ob sie keine Ausweise schicken. Hast recht, doch. 20, 40. Bleib stopp. Du bist langsam ein großer Junge. Wir müssen nur noch Ticket für Hugo kaufen. Is Voyage the good or bad? Okay. Can we make Hugo one class lower? Für Hugo einfach so Haustier-Tarif, so der Transportbox. Oh, frag wegen Internet-Probe. How is the Internet? Not so good, right? Frag LTE, Bruder. LTE ist wichtig. Do you know if it's LTE? Frag aufs internationale Gerechtigkeit. Wir wissen nicht. Halt mal die Fresse jetzt. Kriegst du das hin? It's a four-hour drive, right? Ich piss jetzt in unsere Toilette. Pissst du da jetzt hin? Oder wer will ich mich aufhalten? Leute, die Klospielung geht nicht. Wir fahren jetzt mit einem Eimer von Piste. Das ist echt wenig. Das ist nicht wenig. Ich spür, man. Wow, Dicke. Die Köln sind da in vorne. Ich bin zu wackeln. Ich überschremmelte. Ihr müsst kommen. Wir müssen auf die Fähre. Was ist Wasser? Süßwasser. Bist doch du so ein großer Wasser-Fan? Dann wird dich das jetzt vom Hocker hauen. Das ist nicht mein Partner-Chat. Eigentlich kann man es nur anlassen, weil es lustig ist, ne? Die Werbung ist eigentlich immer lustig gescheitener, aber jetzt bin ich schon so weit geskippt. Ja, jetzt bin ich schon so weit geskippt. Ja, jetzt bin ich ja schon so weit... Digger, warte mal! Girlie, komisch girl. Nein, ich war nicht einmal zu sehen in dem Scheiß-Video. Warum sollte ich gönnen, Alter? Scheiße. Pflegekräfte, die an ihre Grenzen stoßen. Und zwar kannst du mit Erb einfaches Wasser trinken, aber dank der Duftpotz trotzdem verschiedene geile Geschmäcker erleben. Köstlich, schmöchtlich. Vor allem jetzt zum Frühlingsstart empfehlen sich fruchtige Geschmäcker, wie zum Beispiel... Pineapple. Oder versuche stattdessen doch mal mit... Strawberry-Lemongrass. Aber welche Sorte du auch immer bevorzugst. Am Ende trinkst du stinknormales Wasser ohne Zucker und Kalorien und hast trotzdem den guten Geschmack. Wasser. Wasser. Reines Wasser. Klares, frisches, fast durchsichtiges Wasser. Wirklich Wasser. Es ist nichts anderes als Wasser. Und vor allem jetzt zum Frühlingsstart, wo alle wieder mehr rausgehen, könnt ihr mit Erb top hydriert bleiben. Wasser ist wichtig und nicht richtig. Wasser trinken, wichtig und richtig. Hugo, sei dir gegönnt, 100 Euro Abo habe ich sowieso längst gekündigt. Von daher kannst du hoffentlich mit dem Placement wieder dein Müsli mit Milch essen, ne? Statt Wasser. Ja, das hoffe ich auch, Carsten. Und um mir dabei zu helfen, klickt jetzt auf den ersten Link in der Videobeschreibung und checkt Erb aus. Und dabei ganz wichtig. Gebt bei eurer Bestellung meinen Rabattcode durstigerHugo2.01 und spart damit 10%. Der Code ist gültig vom 30.3. bis zum 30.4. auf alles außer limitierte Bundles. Wie viele Kinder hast du? Fünf. Hast du ordentlich was zu tun, ne? Digger. Digger, ich habe das schon mal gesehen. Das war so unangenehm. Willst du Kinder heiraten? Kinder heiraten? Wenn du beispielsweise als Kind dir etwas eingeprägt hast, dann bleibt das meistens ein ganzes Zulafel der Dickebo. Du weißt, wir lieben mich so eingerollt. Dann so zu schlafen. Auf der Singlebörse Tinder betrüht er etliche Frauen. Auf zu Tindern! Oh, die sehen uns. Daher sind auch Frauen die ganze Zeit. Zieht einfach euer Ding durch, wie gut ist. Passt eigentlich ganz gut, ne coole Überleitung. Ja. Boah, guck mal, Digger. Ich gehe jetzt nicht auf Frauen die ganze Zeit. Oh, das war der Gegend, so. Ich bin ja bei allem. Ich bin ja bei allem. Digger, nimmst mir nicht übel. Äh, Gimmel Cannavaro. Ich spreche das ein. Willi, bist du es? Guck mal, Bro, nimmst mir nicht übel. Digger, aber ich würde niemals tindern. Bro, das ist voll wack as fuck. Es gibt eine Taktik auf Tinder. But, ich finde das voll wack, tindern. I don't know. Ich weiß nicht, warum. Weil, nimmst mir nicht übel. Nimmst mir nicht übel. So, Bro, du bist auf Tinder. Und dann lese ich bei manchen Frauen die Biografie. Travelling. Äh, Music. Detox. And. Red Wine. Wein. Dann fragst du dir, was machst du hier auf Tinder? Ja, keine Ahnung. Hm. Nix wirklich, siehst du ja. Nach was suchst du? Ja, jetzt nicht nach was Lockeren. Schon nach was Erstens. Nach was Ernsten. Halt deine Fresse. Wie schamlos kannst du bitte nun sein, denn jetzt langsam reiz doch ein bisschen Essen. Wir sind hier auf dem Event, du Tinder. Ja, 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 ich bin schon okay. Wir sind da hier die ganze Zeit. Klar war das schon gar nicht. Das stimmt, dann kann ich mich vorstellen. Er dachte, wir haben alle ein Hotel zu machen. Er kann auch so auf dem Spann essen abends. Ich hab zwei Stunden vorher Bescheid bekommen. Ich hab dann echt Fate hierher eingeladen, kommt sie an und siehst, dass wir in der Achterbette haben. Ich war schon mal acht Monate wieder. Hä? Wie mein Ex von... War gut, oder? War der größte Scheiß selber. Ich wurde so dünn und hässlich. Wie macht die Ananas? Wenn ich drei Finger haben, dann ist das so geschissen. Oh, ist das dumm. Ist das dumm. Wer wohnt denn nacheinanders ganz tief im Meer? Mann! Max sieht super fruchtig aus. Tiefe zu machen. Das können wir schon mal machen. Die Rezension von RTU. Ja? Ist ja, das war mir schon... Dingsnow? Ja? Von Echler ist Nittlesnow. Nittlesnow. Ich verziehe mir jetzt nicht. Sure, sure. Okay. Alright, can we take the picture? Me? Yeah. No, I don't want it. Okay. Okay? Alright. Thank you. Hello, have a good day. Warum fragst du das so awkward, man? Übel. Du denkst, wir sind zu peteros, röd aus oder so? Du denkst, wir sind peteros? Ja. Can we take a picture? Die größte Waschanlage der Welt. Reinigt mit... Bruder, jetzt machst du Sonntag Fotos? Nicht mal für Geld, mein Engel. Ey, das ist was für Teller dreckig. Hahaha. 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 Du sagst mir, ihr habt das nicht gesehen schon. Doch habt ihr? Oh mein Gott. Mh, zu viel Papa-Platte. Eins, eins, zwei, zwei, zwei. Mr. Nice Guy is so high school musical american pie-